In Doxboros Fischig wurde geschrien, als deine Leute sofort die Untersuchung forderten. Die Untersuchung? Okay, sind wir zu für die Stadt. Die Leute vom Kaffioltrast sagen nur, die Anleihe sei direkt an Schiedsrederei gegeben. Und die Kontrakte mit den Baufirmen waren von Schiedsrederei zu täten. Schiedsrederei? Am besten wär's, wenn du schicktest selbst einen Mann. Mit gutem Ruf, der dein Vertrauen hat, um unparteiisch ist hineinzuleuchten in diesen dunklen Rattenkönig. Reden und glauben, was man wünschen kann. Keine Keiranlagen! Reden und Moscow